Hallo und herzlich willkommen zurück in der Welt von Star Citizen auf dem Crash Academy Channel. Der Patch 2.4 ist jetzt da im Public Test Universe, das heißt in der ersten Testvariante und wir haben viel zu berichten darüber. Der ist jetzt noch nicht live für alle Spieler, kommt aber in Kürze, aber was der große Clou an der ganzen Nummer ist, der wird jetzt persistent, gerade für die MMO-Umgebung ist das sehr sehr wichtig, das heißt Spielfortschritte oder Missionen, die ihr gemacht habt oder Dinge, die ihr euch erarbeitet habt, werden in Zukunft jetzt persistent sein und übernommen werden. Das heißt, es wird Session-übergreifend gespeichert, das ist wirklich für einen MMO eigentlich der entscheidende Part. Das bezieht sich jetzt auf eigentlich alle Mechaniken, die wir auch in dem Video jetzt nacheinander für euch vorstellen werden. Das bedeutet, es geht um Geld, es geht um gekaufte Gegenstände, es geht um Character Loadouts, also die Ausrüstung, den Inventar, würde man sagen, von Schiffen und von Spielern, die übernommen werden. Was haben wir noch? Die Reputation. Die Dinge, die ihr macht im Verse, im kleinen MMO zum jetzigen Zeitpunkt, werden eine Spur hinterlassen und verschaffen euch einen Ruf, auch das wird jetzt persistent werden oder sein schon und damit habt ihr dann Möglichkeiten, zum Beispiel später für Leute zu arbeiten oder als böse Outlaws bekannt zu werden. So ist es. Außerdem werden die Module, die das Spiel jetzt schon hat, untereinander synchronisiert. Das heißt, was im Hangar passiert, wird man dann unter Umständen auch direkt in Crusader merken, also im Persistent Universe. Und in Arcorp, was man dort einkauft, wird man auch später woanders reintragen können. Und apropos einkaufen, da kommen wir eigentlich zum nächsten wichtigen Punkt und das ist das Shopping, was es jetzt gibt. Das Shopping-System ist nämlich jetzt schon auf dem Weg, ins Spiel integriert zu werden. Das heißt, mit diesem Update jetzt können wir in den Stores Sachen kaufen, die dann in anderen Modulen benutzt werden können. Sprich, in Arcorp zum Beispiel oder in Crusader haben Geschäfte aufgemacht und ich muss jetzt nicht mehr Items auf der RSI-Seite selber kaufen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn mit einer Alpha-Währung, wie es sie jetzt gibt, kann ich das im Spiel verdienen und kann dann zum Beispiel in die zwei aktuell offenen Shops in Arcorp gehen, also ein Waffengeschäft gibt es dort und dann eben den Casaba Outlet Store, also ein Kleidungsgeschäft. Da gibt es Dependancen auch in Port Olisar, das ist dann das Guarantee Defense, wo man Rüstungen kaufen kann, es gibt Live-Fire-Weapons, wo man die Waffen kaufen kann und eben auch nochmal den Casaba Outlet Store. Und die Auswahl ist tatsächlich schon relativ groß. Jetzt als Beispiel, alleine die EVA-Suits und Rüstungen sind tatsächlich insgesamt zwölf Stück. Sechsmal einen zivilen EVA-Suit, den man auswählen kann und sechs verschiedene Rüstungen, einmal für die militärischen Dienstleister und einmal für die Outlaws unter euch. Genau, für die Piraten. Das ist schon mal der Anfang, um wirklich die Charaktere zu personalisieren, um sie zu customisen für den User. Das heißt, da werden in Zukunft auch noch andere Stores kommen mit einer anderen Preisspanne, anderer Qualität. Da haben wir jetzt schon mal einen kleinen Anfang gemacht, auch das ist schon drin und das ist eigentlich ganz spannend. Ja, total. Außerdem müsst ihr jetzt Dienstleistungen bezahlen im Spiel. Das heißt, wenn euer Schiff repariert werden soll, wenn es aufmunitioniert werden soll, wenn es Treibstoff benötigt, all das könnt ihr jetzt weiterhin machen, aber es ist nicht mehr kostenlos, sondern ihr müsst es tatsächlich bei den jeweiligen Cryastro-Reparatur- und Service-Stations bezahlen. Und außerdem ist nicht mehr kostenlos... Das Sterben kostet jetzt auch Geld. Achtung Leute, natürlich ist es so, wenn ihr respawnt, müsst ihr dafür eine kleine Gebühr zahlen, aber wenn ihr gar kein Geld mehr habt, wenn ihr pleite seid, könnt ihr trotzdem respawnen. Dafür ist es eben noch eine Alpha-Version, das heißt, man soll jetzt die Spieler nicht davon abhalten, das Spiel zu testen und weiterhin auszubauen. Ja, weiter geht's. Für alle Leute, kleiner Tipp, die jetzt nicht genug Geld am Anfang haben, die können natürlich auch ganz viel looten gehen, weil da liegt auch ziemlich viel rum zur Zeit im Crusader. Insbesondere in Jela als kleiner Tipp für euch. Schaut euch mal da um. Wir gehen nochmal eine Kategorie weiter und das ist das Reputationssystem, was jetzt im Spiel auch großteilig ausgebaut wurde. Ja, wie haben wir das genannt? Der wilde Westen in Space sozusagen, weil tatsächlich kann man hier als Contractor arbeiten für einen Sicherheitsdienst, ist eine Art Hilfssheriff oder man ist ein Gesetzesloser. Die Welt ist sehr, sehr gefährlich und es gibt keine lückenlose Überwachung des ganzen MMOs. Das heißt, wir haben zwar diese Commerays, die Leute tracken und die auch Straftaten feststellen können, aber als Outlaw kann ich eben diese Commerays, diese Horchposten ausschalten und dann ohne Konsequenzen Verbrechen begehen. Definitiv, das ist also wirklich das große Spielprinzip, was dahinter steckt. Da stellt sich also dann Good vs. Evil, ihr könnt euch aussuchen Räuber oder Gendarm und von da aus geht es dann wirklich in die Welt hinein, dass man sagt, man kriegt natürlich einzelne Missionen angeboten, mit denen man sich eine Reputation aufbauen kann, für die eine wie auch die andere Seite. Und wenn ihr genug Missionen gemacht habt und eine Reputation habt, dann werden euch sogar Contracts, also Verträge angeboten, die ihr jeweils für einen Sicherheitsdienstleister, wie zum Beispiel Crusader Securities oder auf der anderen Seite eben für einen anonymen Outlaw machen könnt, die euch dann beauftragen. Ist eine richtige Westernwelt, wo so ziemlich alles erlaubt ist oder man Konsequenzen halt auch vermeiden kann und dieser Ruf, der wird halt dann gelockt und gespeichert und verändert sich dann von Session zu Session. Natürlich auch hier die Anmerkung, mit jedem Wipe wird es wahrscheinlich erstmal wieder zurückgesetzt werden müssen. Ja, definitiv. Dafür ist es wie gesagt noch eine Alpha. Wir haben sonst noch was Neues und zwar geht es da jetzt um die Schiffe. Ja, und da sind zwei richtig große Klopper mit ins Spiel gekommen, könnte man so sagen. Die Starfarer und die Starfarer Gemini sind beide jetzt flight ready und mit 90 Metern tatsächlich die größten flugfähigen Schiffe, die zurzeit im Spiel vorhanden sind. Wir haben hier schon fünf Plätze auf der Brücke, wir haben drei Türme, wir haben einen riesigen Laderaum. Diese beiden Pötte sind jetzt flugfähig und ja, es ist ein ganz anderes Fluggefühl, als mit einem Jäger durch das Wurst zu düsen. Definitiv, zumal man sich wirklich im Flug dann durch das ganze Schiff bewegen kann und sich wirklich auch rausgucken kann an jeder Seite und Ecke. Ganz, ganz große Sache. Außerdem im Spiel angekommen ist ein Einsteigerschiff und zwar die Reliant. Das ist ein zweisitziges Tier 2 Einsteigerschiff, also es heißt eine Tierklasse höher als die anderen Einsteigerschiffe. Sieht ganz schick aus, ne? Sieht sehr, sehr schick aus. Modernes Design, würde ich sagen. Ist nicht so klobig wie manches andere Schiff. Wird bestimmt sehr, sehr spannend sein. Ist aber tatsächlich als Schiff erstmal ein Mini-Hauler. Ich denke mal, das wird wirklich nur für Transportaufgaben wirklich, wirklich gut performen. Ja, definitiv, ja. Also, ihr seht schon, bei Star Citizen verändert sich gerade sehr, sehr viel. Gerade 2.4, ein großer, großer Meilenstein, der dieses Spiel weitergebracht hat. Denkt daran, es ist im Alpha-Stadium weiterhin, das heißt, es wird noch eine Weile dauern, bis alles fehlerfrei läuft und jedes Mal kommen kleine Mechaniken mit dazu. Außerdem ist es, hast du es schon mal angesprochen, mit den Vibes, ne? Das bezieht sich nämlich nicht nur auf die Reputation. Es werden sehr viele Vibes geschehen, wo das Geld, was man verdient hat, erstmal wieder verschwindet, wo die Reputation zurückgesetzt wird, wo wir die Schiffe danach wieder neu ausstatten müssen. Das ist natürlich jetzt fürs Balancing sehr, sehr wichtig. Ich denke auch, die Preise, die wir gerade sehen, da wird sich bestimmt sehr, sehr viel verändern im Laufe des Spiels. Vielleicht ist jetzt erstmal alles relativ hoch so im Spiel vom Preis, damit man die Items erstmal kaufen kann, die da sind. Das wird bestimmt, ja, eine heftige Fluktuation in den Preisen geben. Ansonsten können wir nur sagen, wir halten euch hier gerne up to date auf unserem Crash Academy Channel. Abonniert uns, wenn ihr bei Star Citizen up to date bleiben wollt. Hinterlasst uns natürlich gerne Kommentare, liked oder disliked unsere Episode, je nachdem, wie ihr sie gefandet. Und wenn ihr uns auch persönlich als YouTuber unterstützen wollt, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil, das würde uns sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und Wiesen und Sawyer verabschieden sich bis zum nächsten Mal mit einem See you on the Flight Deck!